Die Vorteile von Splashboard Signature, die liegen klar auf der Hand. Wir wollten hier in diesem kurzen Video mal Ihnen die Leistungsschwerpunkte vorstellen. Wir fangen mal an einfach bei der bei dem Maß von der Platte mit 2,80 m x 1,23 m. Warum? Was haben wir denn eigentlich da uns bei gedacht? Gut, der wesentliche Aspekt dabei ist, dass ich natürlich jegliche Zimmerhöhe damit abdecken kann. Mit 2,80 m habe ich eigentlich alles erschlagen mit dem Maß und dann, wenn ich sie dann horizontal einsetze mit 1,23 m breite sozusagen, kann ich dann ideal auch ein Vorwandelement, also ein Vorwandeinbau optimal verkleiden. Also gut, du sprichst jetzt von Wand, aber für Boden ist doch auch geeignet, oder? Wie siehst du das? Absolut, klar. Ich kann natürlich das komplette Paneel für Wand und für Boden einsetzen. Das ist ja, ich sag mal, das Coole an der Platte und kann die natürlich entsprechend auf dem Boden natürlich passend zurechtschneiden. Wie sieht es aus mit der Rutschfestigkeit? Ist das rutschfest? Für den Boden haben wir auf alle Dekore R10, also von der Rutschhemmung ist das absolut okay. Muss man natürlich immer schauen, was passt für die jegliche Gegebenheit. Okay, wir hatten ja jetzt mit vielen Kunden schon gesprochen, beziehungsweise viele Leute haben diese Platte schon im Einsatz, beziehungsweise haben es bei Kunden schon, ihren Kunden schon verbaut. Eine tolle Geschichte, die wir jetzt gehört haben, Thema Treppenhaus. Das ist ja immer wieder so ein Ding. Wir sehen hier die Riesenplatte vor uns, 2,80 Meter lang. Jetzt stellt man sich vor, eine großformatische Fliese. Eigentlich undenkbar, also alleine mit zwei Personen. Wie viel wiegt die? 28 Kilo, ne? 28 Kilo, eigentlich federleicht. Kann eine Person schon fast alleine tragen, aber dafür ist etwas groß. Aber jetzt Thema Treppenhaus. Wie komme ich jetzt in die zweite Etage? Wir wollen Ihnen das mal ganz kurz vorstellen an der Platte. Hoffentlich geht das hier um die Tischecke rum. Also das Ganze ist biegbar, ne? Also wenn wir das jetzt mal hier in die Kamera so ein bisschen halten, vielleicht ein bisschen hochkippen. So, ja genau. Also dass man das Ganze auch biegen kann, ist eine sehr tolle Angelegenheit und macht es dann super praktisch, das Produkt in die zweite Etage zu bringen. Ja, dann waren wir jetzt bei dem Mars gewesen. Es gibt auch noch viele andere Themen, die in dem Bau natürlich bei Signature ein Thema sind. Das eine ist auch die Kratzfestigkeit. Wolltest du da mal ganz kurz zeigen, wie sich das und was ja am Bau auch immer wieder passieren kann. Ich lege dir die Platte mal hin. Also das ist absolut kratzfest von der Oberfläche, deshalb eben auch für den Boden geeignet. Der hat eben eine spezielle Lackoberschicht, die wirklich widerstandsfähig ist. Okay, wenn du jetzt von Oberflächen drehst oder Oberschichten, jetzt hier haben wir Steindekor. Ich habe hier unten noch so ein Holzdekor. Wo siehst du hier den Unterschied? Da ist ja schon irgendwie so eine gewisse Haptik hier dann. Wie, was, was, was ist das? Also letzten, letzten Endes habe ich hier wirklich die Holzstruktur-Maserung sozusagen. Wenn man das, ich sage mal, in welchem Licht auch immer, man kann es eben, wenn man genau drauf fühlen, kann ich das definitiv. Und dann hier bei dem Stein habe ich dann eher die steinglattere Steinstruktur. Also das ist dann wirklich passend zu dem Dekor, habe ich dann auch die Struktur. Das sind aber die zwei Strukturoberflächen, die wir haben. Okay, also sie ist nicht Hochglanz, sondern es ist hier wirklich, wenn ich es anfühle, wie eine schöne, schöne, tolle Oberflächenstruktur. Absolut. Und es ist nicht so rau, dass man es jetzt schwer zu reinigen ist. Das ist immer noch eine glatte Oberfläche als solches, aber es ist immer matt von dem Dekor her. Gut, dann haben wir das Thema Kinder noch, beziehungsweise sonst irgendwelche Leute, die hier vielleicht Schmutz an so eine Platte bringen können. Wir haben ja mal so ein Edding, Edding ist es, glaube ich, oder hier so ein Farbstift. Sorry, mal keine Namen nennen. Wir malen mal hier irgendwelche Gesichter drauf, keine Ahnung. So, kann ja passieren, dass hier irgendwie was drauf gezeichnet wird auf dieser Platte. Okay, jetzt haben wir nicht lang genug Zeit, um hier in dem Video das eintrocknen zu lassen in großer Länge, aber jetzt auch, wenn das den ganzen Tag eingetrocknet ist, ich zeige Ihnen, wir gehen hier mit Aceton oder Verdünnungsmittel dran. Ja, und das ist auch überhaupt kein Problem, diese Oberfläche mit hier so einem scharfen Reinigungsmittel, ich halte es nochmal in die Kamera, so einem scharfen Reinigungsmittel zu reinigen. Also das funktioniert wunderbar und greift auch die Oberfläche in dem Fall nicht an, oder? Ne, also der hat ja entsprechend nach dem, mit der Lackoberfläche, Lackschutzschicht ist er sehr widerstandsfähig. Okay, dann wir haben die Abmessungen besprochen, wir haben die Oberflächenbeschaffenheit besprochen. Wie sieht es denn aus mit den Dekoren? Macht das jetzt ein, ich habe 2,80 m x 1,23 m, sagtest du? Genau. Alle Dekore gleiches Maß? Immer das gleiche Maß, immer 1,23 m x 2,80 m, 4 mm stark und das Schöne ist eben bei uns, wir haben eben bei allen Dekoren den gleichen Preis, also es ist immer der gleiche Preis pro Platte, macht es also wesentlich einfacher in der Kalkulation. Okay, und wie viele Dekore oder hast du das schon gesagt? 24 Dekore. 24 Dekore in Summe. Also, hier Zusammenfassung, Leistungsschwerpunkte von der Splashboard Signature, einmal die riesengroße Abmessung, die Leichtigkeit von der Platte mit 28 kg, dann die Kratzfestigkeit und eine Sache, die haben wir noch vergessen, das ganze Ding ist natürlich, aus welchem Material? Genau, das ist eigentlich das Wichtigste an allem, ist 70% Marmor, 30% Kunststoff und das ist eben das Schöne, ich kann es am Boden fallen lassen und es ist Marmor, geht aber nicht kaputt. Geht nicht kaputt wie so eine Feinsteinsackfliese oder sonst irgendeine Marmorplatte, eine großformatische. Das können Sie 100 Jahre im Wasser liegen lassen und da wird sich überhaupt nichts dran verändern an der Konsistenz von dem Produkt. Also, wir haben hier lebenslang Garantie auf Wasserbeständigkeit, Wasserdichtheit, hier passiert durch Wasser überhaupt nicht von außen, von innen. Es kann nicht quillen, es kann gar nichts damit passieren. Also, es hat danach immer noch die gleiche Beschaffenheit, wenn das auch ewig im Wasser gestanden hat. Genau, und das Schöne ist eben, ich kann es auch unter einer Fußbodenheizung oder über einer Fußbodenheizung einbauen. Durch den hohen Marmoranteil habe ich eine sehr, sehr geringe Ausdehnung, also das Material arbeitet an sich nahezu überhaupt nicht und hat einen sehr hohen Wärmedurchgangswert. Okay, und wie das Ganze verarbeitet wird, das zeigen wir euch in dem nächsten Video. Bleiben Sie dran!